Hello. Wir haben... Speichert. Oh, wir waren mit Omori vorne. Habe ich gar nicht mitgekriegt. So, wir gehen jetzt mal einmal kurz noch in unsere Ausrüstung. Tricks. So, du hast nämlich noch was Neues gelernt, mein Schätzchen. Snackpause, Massage, Fastfood. Wir gehen mal da drauf. So, wir haben nämlich gelernt, Gelee kochen. Nice. Weiß gar nicht, wir haben hoffentlich genug Sachen für Saft am Start. Guck mal, was ist bei dir? Mookie, hast du was Neues gelernt? Ich finde den Querschläger ziemlich gut. Mookie's Spinball. Ein zufälliges Gefühl verursacht mehr Schaden gegen Feinde mit Gefühl. Hm. Weiß ich nicht. Nächster Angriff, ja, aber dann... Ne? Ja, der Saftladen ist nur gegen Feinde stark, aber gegen die darf man die eigentlich nicht verwenden. Das ist ein bisschen doof. So, Aubrey, hast du was Neues gelernt? Ne. Aber Ömöri, du hast was Neues gelernt. Oder Gedicht finde ich immer sinnvoll. Wir müssen hart traurig werden gleich. So, greift dreimal zufällig, finde ich stark. Erstechen finde ich eigentlich auch sinnvoll. Den finde ich nicht so stark. Glückstreffer. Ne, ich will nicht froh sein. Wir müssen traurig sein. Beobachten. Okay, ist das sinnvoll? Reinlegen, verursacht Schaden, verringert Tempo, du hast Feinde stark, wenn er froh ist. Oh, Junge. Die dumme Funz ist doch gleich nur noch glücklich. So. Das haben wir. Tasche, Ausrüstung. So, was haben wir? Wir haben nämlich im Moment bei ihm die Fernbedienung, äh, zur Bekämpfe von Werbeblöcken. Mehr Herzen, mehr Abwehr. Das Messer dürfen wir nicht austauschen bei ihm. So, bei ihr haben wir das Kuschelkissen im Moment. Das ist auch so das stärkste. Und das Kleeblatt, damit sie mehr Glück hat. Ich weiß nicht so ganz, wie viel Glück sich auswirkt, aber das war das beste Item, was noch übrig war. Er hat die Kokosnuss. Die ist im Moment so das Beste, was ich habe. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas übersehen habe an Zeug. Und wir haben bei ihm, äh, den Rechen. Damit sein Angriff erhöht ist. Und hier haben wir den Teekessel, damit wir mehr Saft für ihn haben. Also das hier, der Bräter macht zwar ein bisschen mehr Schaden, aber ich brauche ihn ja zum Heilen. Und, äh, die Katzenohren, damit er schneller ist. So. Drückt mir die Daumen, ich weine sonst wirklich. Ich kann der eher lachen und so, auch schon nicht mehr hören, ne? Ich, ich träume von der. Ich habe Albträume. Das ist PTSD. Jetzt ist das Spiel ultra leise. Ich hoffe, es ist nicht zu leise. Eben war es für mich ziemlich laut. Ich mache mal nochmal ein bisschen lauter. Bei euch. Ne? Die Szene habt ihr ja auch schon ein paar Mal gesehen. Können wir sie nicht einfach heiraten lassen? Ach man. Können wir nicht einfach zulassen, dass sie sich selber heiratet? Meines Problem ist, es dauert auch immer so 30 Jahre, bis wir im Fight sind. Ja, komm, mach. Willkommen, werte Fans. Ja. Es ist soweit. Sie wird heiraten. Sie wird sich selber heiraten. Wir haben es beim ersten Mal, glaube ich, sogar predicted. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Szene gesehen habe. Bin ich ehrlich. Ja, ja. Komm, mach, Alte. Und warum muss Aubrey es versuchen, ihr auszureden? Soll sie sich doch einfach selber heiraten, wenn sie meint, dass das das Richtige für sie ist? Ach ja, der Kor, den haben wir voll verkackt. Keine Ahnung, wie ich den hätte richtig machen müssen. Den Kuchen haben wir aber dafür sehr gut hingekriegt. Okay. Warum spinkt sie eigentlich aus dem Kuchen raus? Dann kann man ihn ja nicht mehr essen. Das verstehe ich nicht. Und jetzt hat sie Sahne in den Haaren. Oh, bitte lach nicht wieder. Bitte. Hier, sie heiratet sich selber. Weil sonst niemand gut genug für sie ist, weil sie so ein dummer Funz ist. Oh Gott. Ganz ehrlich, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von ihr haltet? Also, ich muss sagen, ich bin ja großer Fan von Space Boy, oder wie er heißt. Ich mochte sogar Captain Ex-Boy Space Boyfriend. Den Ex halt, der wütende. Den fand ich ja auch noch okay. Den fand ich sympathischer als sie. Ich finde sie so unangenehm. Bitte. Geh doch einfach kaputt. Ich lese jetzt übrigens nicht nochmal alles vor. Habe ich, glaube ich, ein andermal oft genug gemacht. Ach, Mensch, Aubrey. Halt doch einfach die Klappe. Du kannst der Frau nicht vernunft einreden. Die hat übel einen an der Klatsche. Also, die braucht safe, dringend Therapie. Aber du bist keine Therapeutin. Du kannst ihr nicht helfen. Die braucht ernsthafte Hilfe. Und die können wir ihr nicht geben. Außerdem ist das hier alles nur ein Traum. So, das ist der Traum von einem depressiven kleinen Jungen, der seine Schwester verloren hat und jetzt versucht, das im Traum zu verarbeiten und seine Ängste irgendwie zu überwinden. Und, äh, der im echten Leben deine Version mit pinken, glaube ich, Haaren abgestochen hat mit einem Messer, weil du im echten Leben eine ziemliche Funz bist. So. Das hat doch alles keinen Sinn, Aubrey. Oh Mann, ey. Ja, und der Army Hero kann auch nichts dafür. Ich bin mal gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass wir nach dem Bossfight ja wieder aufwachen werden. Oder, wir werden uns erstechen und dann wieder wach werden. Das Ding ist, äh, wahrscheinlich werden wir dann, ich glaube, wir haben jetzt noch drei Tage, oder? Haben wir jetzt schon noch zwei? Ach, Halsmaul. Haben wir jetzt noch zwei Tage? Ich weiß es nicht, weil, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt, also ersten Bossfight hatten wir und dann war es noch drei Tage, damit war der Prolog durch. Ich glaube, jetzt töten wir sie und dann haben, wachen wir auf und haben noch zwei Tage. Bin mal gespannt, was wir dann so den Tag über machen. Ähm, dann werden wir wahrscheinlich, wenn wir mit dem, was wir in der Echtwelt geschafft haben, wieder einschlafen. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Angst, äh, besiegen. Da ist die Alte. So, mein erstes Ziel ist hart traurig werden. Verdicht auf mich selber. So, du kannst am besten direkt einen Powerschlag auf die Alte machen. Wobei, eigentlich müssen wir, nee, weißt du was? Mach mal nicht. Greif mal normal an und du greifst auch normal an und du machst jetzt direkt eine Snackpause, weil das ist safe. Ich wollte gerade sagen, safe macht die Instant-Schaden. Oh Junge, wir sind schon auf sieben hoch. Das ist ja geil. So, wir sind traurig. Okay, die Musik ballert schon ein bisschen. Wir wollen ja direkt entladen gleich. So. Du machst dich noch trauriger, mein Freund. Du greifst nochmal an. Du greifst an. Ich weiß nicht, ob die uns nochmal vorher... Boah, schwierig, weiß ich nicht. Versuch nochmal anzugreifen. Ah ja, okay, die hat uns Schaden gemacht. Scheiße. So, jetzt sind wir auf 10. Wir müssen gleich mit... Warum sind wir eigentlich schon wieder sauer? So, wir müssen gleich entladen. So, diesmal muss Omori normal angreifen, damit wir entladen können. Du greifst normal an. Du bist ziemlich wütend. Du greifst normal an. Und du machst eine Snackpause. So, entladen wollen wir gleich. Energie entladen. Bitte. Ha, hat geklappt. Vielleicht können wir das gleich nochmal machen. Weil die Alte müsste ja dann gleich so glücklich sein, dass sie nicht mehr traurig werden kann und so. Deswegen versuche ich hart traurig zu werden. Okay. Okay, jetzt ist sie froh und kann nicht mehr traurig werden. Snacks für alle. Nicht gut. Okay, alle geheilt. Er ist noch nicht so ganz hoch geheilt. Ja, ja. Narren. Auf die Knie. So, Omori, du musst nochmal ein bisschen trauriger werden. Das ist wichtig für uns. Ich weiß nicht, ob wütend schlecht ist bei glücklich. Dann müssen die anderen nämlich irgendwie neutral werden, hoffentlich. Warte mal. Versuch mal. Teamgeist. Auf wen? Mach mal ihn. So, Kel darf nochmal angreifen. Du darfst nochmal eine Snackpause machen. Oh fuck, warum ist er tot? Oh, warum ist er tot? Das ist nicht gut. Toll. Sie ist jetzt froh. Oh ne, jetzt sind beide froh. Oh man. Nur weil die gestorben sind. Snack. Okay, das war eine scheiß Reihenfolge. Jetzt, ich habe das eine Mal nicht geheilt, das war ein Fehler. So, wo ist Gelee Vital? Da haben wir zum Glück mehr von. Auf ihn. Das ist wichtig. So, Obri. Ja, weißt du was, mach mal einen Powerschlag auf die Alte. Er lebt wieder. Hey, hör auf anzugreifen. So, Omori muss wieder traurig werden. Du, Alde, machst jetzt mal Gelee Vital auf ihn. Und du machst eine Snackpause. Das ist wichtig. Okay, Omori ist traurig. Snacks für alle. Wir brauchen dringend für ihn gleich Gelee. Wir müssen Kel auch wieder holen. Nice, er ist wieder da. So, kämpfen. Warum ist er jetzt schon wieder sauer? Wir wollen ihn traurig haben. Mann, ey. Omori. Greif's mal normal an. Kel. Ich weiß nicht, ob der Querschläger viel bringt. Du greifst normal an und du machst nochmal eine Snackpause. Und wir müssen ihm gleich irgendwie... Wir sind schon wieder... Die macht uns immer wütend. Ich glaube, das bringt nichts übel, traurig zu werden mit ihm. Wir müssen hoffen, dass wenn wir einmal traurig sind... So, weißt du was? Du greifst jetzt normal an. Sie ist wütend. Ja, die macht uns halt leider immer wütend. Dein Powerschlag funktioniert nicht. Nee, dann... Komm, greif einfach an. Du machst jetzt, äh... Ursaft auf ihn, damit er... Er kann nichts machen. Scheiße. Ja, weißt du was? Snack? Du futterst dann diese Runde was, was alle heilt. Fastfood-Menü. Käseleib. Halt bei allen Freunden. Nicht gut. So, das heilt alle. Entladen. Oh, dürfen wir wieder? Ja! Wir dürfen diesmal sogar zweimal entladen. Boah, bin ich froh, dass wir auch zwischendurch dieses Gelee Vital kaufen durften. Ich wäre halt auch gern mal ein bisschen trauriger, damit ich mehr Schaden mache, weil ich weiß, dass Omori deutlich trauriger werden kann. Ja, sie ist glücklich. Ah, jetzt ist sie manisch. Dürfte ich bitte noch trauriger werden? Gott. Weißt du was? Ich versuche noch mal trauriger zu werden. Ich hoffe, das geht. Kannst du einen Powerschlag machen, Schnuggi? Nee, kannst du nicht. Angriff. Ich weiß halt nicht, ob das sonst noch was bringt. Angriff. Du machst noch mal Snackpause. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Ja. So. Jetzt ist er wieder sauer. Ey, das ist richtig schlimm. Das ist halt echt nervig, dass sie ihn immer so wüten. Also. Ich will, dass er trauriger wird und nicht ständig wüten. Wir greifen jetzt noch mal an. Dumme Alte, kann uns mal. So, und du machst wieder eine Snackpause. Einfach nur für die Sicherheit, weil die greift eh wieder an. Oh nein, Aubrey ist tot. Oh no, er ist auch tot. War zu viel Schaden. Du machst jetzt einen Extra-Angriff. Sex für alle. Ja gut, leider sind die anderen tot. So, Mori, du. Was ist ein Trick da reinballern? Erstechen. Ja, mach mal ein Crit auf die Alte. So, und du. Mach mal auf ihn, Gelee. Oh oh, gefährlich. Erstmal erstochen. Okay, perfekt. Jetzt ist er sauer. Naja. Angreifen. Du machst einmal Gelee Vital auf Aubrey, weil am liebsten will ich auch, dass sie levelt. Okay, warte. Snack. Irgendwas, was alle heilt. Ja, noch ein Käseleib. No, Omori. Stopp. Nein, er ist tot. Fuck. Die Alte. Komm, Extra-Angriff rein da. Vielleicht reichen nichts, ja. Okay, sie lebt wenigstens wieder, das ist gut. So. Das Problem ist, wenn sie jetzt direkt angreift, sind wir wieder tot. Ich will den Käseleib snacken. So, und du zwiebelst noch ein Gelee Vital in ihn rein. und du greifst die Alte an. Ja, das Problem ist jetzt, aha, Mann. Ja, jetzt sind wir tot. Weil sie Omori gekillt hat. Weil er nicht geheilt war, weil sie ihm viel zu viel Schaden gemacht hat. Mann. Ja, wir müssen nochmal. Wir haben es echt immer noch nicht geschafft, die Alte zu killen. Diesmal war es echt knapp. So. Ja, wir greifen jetzt erstmal ganz normal an, weil im Moment bringt es noch nichts, traurig zu sein. Wir greifen jetzt alle einmal an, außer er, er heilt direkt. Genau deshalb. Damit wir direkt schnell entladen können. Ich hätte am Anfang mit ihm nicht so oft traurig versuchen sollen, traurig zu werden, weil das bringt eh nichts. Erstmal angreifen, um den Scheiß hier zu dingsen. Ich weiß gar nicht, wie das eben beim ersten Angriff überhaupt geklappt hat. Dass wir schon, also nach dem ersten Angriff schon bei sieben waren. Okay. So, Snackpause wieder rein da. Mhm. Wir müssen ihm gleich irgendwas rein snacken. Entladen durften wir jetzt noch nicht, erst beim nächsten Mal. Es nervt, dass Kelso weit unten noch ist. Der muss gleich mal was snacken. So, normaler Angriff. Du greifst nochmal an und du machst heute die Heilung, ah, die Heilung, obwohl, die greift zuerst an. Du isst so ein Käseleib und du greifst sie jetzt einmal mit an. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Sie hat noch nicht angegriffen. Scheiße. Hä, wir durften immer noch nicht entladen? Warum? Wieso geht denn der nicht auf 10 hoch? Was war denn das jetzt? Geh doch auf 10 hoch. Und du snackst jetzt mal irgendwas, womit du Saft kriegst, mein Freund. Limonade. Orangensaft. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Wieso? Aus welchem Grund geht es nicht auf 10 hoch? Was mache ich falsch? Also jetzt verstehe ich echt nicht, warum das nicht aufdingst. Hä? Wir haben jetzt drei Runden normal angegriffen. Ich mache mich jetzt mal traurig. Du greifst jetzt nochmal an. Du greifst an. Weiß ich nicht. Und du machst eine Snackpause, weil die alte bestimmt wieder angreift. Jetzt sind wir auf 10. Ja, dann in der nächsten Runde. Ich weiß nicht, was diesmal das Problem war. Kann mir da vielleicht irgendjemand einen Tipp in die Kommentare schreiben, äh, wie man das schneller auflädt? Weil eben in der ersten Runde ging es ja, oder ist das, weil wir traurig waren? So, du darfst nochmal Snackpause machen, einfach für den Notfall. Ja, genau, für den Notfall nämlich. So, entladen, damit wir mehr Schaden machen. Richtig reinprügeln in die Alte. Weil beim letzten Mal konnten wir ja zweimal entladen, deswegen haben wir die ja so schnell runtergeprügelt. Aber wir haben sie einfach später die letzten drei Millimeter nicht weggekriegt. Was soll denn das? Ne, nicht auf die Knie. Ja, jetzt bleibt sie glücklich. Ich fände es schön, im Moment sind wir noch neutral. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass, äh, Hero ein bisschen... So, Omori. Kann Omori noch trauriger diesmal werden? Geht das diesmal? Weißt du was, Aubrey? Versuch's mal mit dem Power-Schlag auf die Alte. Du greifst an und du machst diesmal einfach einen Snack, statt dein Dingens zu verwenden. Vielleicht ist das auch nicht... Oh Gott! Nicht schlecht. Wird der noch trauriger? Jetzt ist er deprimiert, das ist gut. Ich hoffe, sie macht ihn diesmal nicht wütend. Okay. Angriff. 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 Und du machst nochmal eine Snack-Pause. Oh weh, der wird jetzt wütend. Oh. So, wofür mache ich den deprimiert, wenn das eh nichts bringt? Wenn die eh instant wieder... Wie kriege ich ihn denn sauer? Ja, okay, wir haben unnötig jetzt gesnackt, aber egal. Wir müssen die anderen halt irgendwie neutral kriegen, weil die macht uns sonst viel zu viel Schaden, das ist das Problem. So, du machst dich jetzt mal traurig, weil dann kriegst du nicht so viel Schaden. Aubrey macht jetzt mal Teamgeist auf ihn und auf sich selbst. Äh, kannst du dich selber irgendwie beruhigen? Ne, ne? Ne. Ja, du greifst normal an. Eine andere Chance haben wir gerade nicht. Und du snackst gerade einfach mal irgendwas, was Saft bringt, hoffentlich. Die macht safe diesmal wieder richtig Schaden. Ne, weißt du was, du machst jetzt erstmal nochmal den Trick. Snackpause rein. Die wird safe angreifen. Oh, und sie hat ihn gekillt und Aubrey auch. Oh, ne. Mann. ausgeregt, ernsthaft. Oh. So. Du heilst Aubrey. Und du heilst ihn. Schluss jetzt. Ja, und diesmal macht sie natürlich anders Schaden, oder was? So, die sind wenigstens jetzt neutral. Du greifst jetzt an. Reicht erstmal, dass du traurig bist. Geht ja leider nicht anders. Du greifst auch nochmal an. Du greifst auch an. Und safe werden die jetzt gekillt wieder. Ich will, dass du Käse isst, mein Freund. Haben wir noch Käse? Wir haben keinen Käse mehr. Haben wir auch irgendwas, was alle heilt? 35 bei allen, ey. Ich würde gerne alle heilen. Schwierig. Dann müssen wir Popcorn nehmen einmal. Oh Gott, zum Glück hat er es nicht getroffen. Schön. Wir müssen als nächstes dringend irgendwie Saft in ihn reinprügeln. So. Ja, dann greifst du jetzt halt erstmal traurig an. Weil sobald ich deprimiert mache, geht es ja wieder nicht. Du, Aldo, machst nochmal wieder einen Powerschlag da rein, auch wenn das vielleicht nicht schnell hoch dingst. Du, gibst richtig schön Saft in deinen Bruder. So, O-Saft, hier. O-Saft in ihn. Ja, und heilen kannst du diese Runde nicht, mein Freund. Ich wusste es. Aber ich wusste halt nicht, wen sie trifft. Okay, wir sind jetzt bei sieben. Wir nutzen das mal jetzt gerade nicht, weil vielleicht können wir diese also heute nochmal entladen. So. Natürlich wird der jetzt die ganze Zeit nicht wieder sauer gemacht, ne? So. Du greifst normal an. Du drückst jetzt Chicken Wings in Aubrey rein. Und du machst am Ende nochmal eine Snackpause. Ja, genau, deshalb. Nice. Okay. Snacks für alle, sehr gut. Dir selber geht es halt nicht so gut, das ist ein bisschen schade. Ich wünschte halt, ich wüsste, ob es sinnvoll wäre. So, warte mal. Ne, du greifst normal an, damit sich das hochlevelt. Du greifst an. Du drückst in ihn einen Chicken Wing rein, zur Sicherheit. Und du machst nochmal eine Snackpause. Genau aus den Gründen. Jetzt macht sie nämlich alle sauer, glaube ich. Ja. Wir können entladen. Ja, bitte. Bitte sag mir, dass sie stirbt. Bitte, bitte, bitte. Die Folge ist auch so ein bisschen länger, aber wenn die alte jetzt weg ist, dann bin ich so glücklich. Das muss doch jetzt die komplett aus dem Leben rippen, oder? Ja. Doch. Oh. Weh, du lebst jetzt aus irgendeinem dummen Grund weiter. Nein. Oh, ist das schön. Sie ist tot. Also, sie ist nicht tot, tot, aber, und alle leben am Ende, das heißt, alle kriegen jetzt Level. Das ist gut, Level 18. Oh, die hat Spielverderber gelernt. Abpraller, okay. Oh, oh, mh. Oh, Junge, Achievement. Oh, und es heißt auch noch so, oh, kann ich sie einfach anscheißen oder sowas? Weiß ich nicht. Kann ich ihren Kopf in der Toilette? Ich will, dass sie einfach weg ist. Oh mein Gott. Bedanke mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich, dass diese dumme Funz jetzt endlich tot ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge und hören uns dann an, was sie für einen Scheiß zu sagen hat. Ich hoffe nicht mehr viel, weil eigentlich hatte ich gehofft, sie ist jetzt tot. Naja. Lasst gerne ein Like, Abo, Kommentar, Sonstiges da und schreibt mal bitte in die Kommentare, wovon es jetzt eigentlich abhängig ist, dass unten sich diese Punkte aufladen, weil beim ersten Fight war es ja auch so, dass es nach der ersten Runde schon bei sieben war und jetzt hat es ewig gedauert, keine Ahnung rum, ob es da, also ich dachte es wären normale Angriffe, aber hat ja irgendwie doch nicht so viele Auswirkungen gehabt. Naja. Tschüss. Tschüss.